Und ich werde Gott sein. Oh Gott! Hat er sich erschossen? Ist er noch da? Ich habe den Tisch abgetastet. Es gibt niemand dort. Wir wollen alle Vorurteile vernichten und die Existenz Gottes widerlegen. Ja, widerlegen. Ich glaube an den Leib Christi. Ich glaube, dass die neue Wiederkunft Christi in Russland stattfinden wird. Weder Freiheit noch Gleichheit hat es jemals ohne Despotismus gegeben. Aber in einer Herde muss Gleichheit herrschen. Ich aber würde statt eines Paradieses diese Neunzehntel der Menschheit, wenn man nun mal einmal nicht weiß, wo man mit ihnen bleiben soll, einfach nehmen und in die Luft sprengen. Und würde nur ein Häufchen von gebildeten Leuten übrig lassen, die dann wissenschaftlich leben können. möglicherweise ist das die günstigste Lösung des Problems. Aber wo könnte diese Theorie sozusagen ihre praktische Anwendung finden? Heute setzt man alle Hoffnungen auf Russland. Und das ist das die Gitarre. Amen.